Ja, hier bist du. Warte, hast du gerade gespielt? Ja, jetzt bin ich. Warum sagst du mir das? Entschuldigung, ich sag dir jetzt. Warte, du wirst mit dem Mikrofon mit dem Körner? Ja, das ist okay. Also, wir werden schon mehrmals kochen. Ja, ja, ja. Das erste Gericht, was du machst, ist eine Spätzle mit Schnitzel. Ja, so, machen wir. Okay, zuerst müssen wir diese Schnitzel, dieses Schwein, wir müssen es ein bisschen dünn machen, weil jetzt ist es ein bisschen zu dick, ja? So, du musst es raus von dem Paket, ja? Du kannst es auf das, ja, mein Deutsch manchmal fehlt mir, und, ja, und da musst du das ein bisschen schlagen, schlagen. Mal noch schlagen. Oh. Hey, ja, hey. We'll marken the rest. Als erstes habe ich meine Spätzle geschlagen. Ähm, jetzt liegen die gerade an der Seite, das machen wir erst am Ende. Erst machen wir frisch gemachte Spätzle. Erst wollen wir, ähm, Mehl rein tun, Mehl mit Eier mischen. Was noch? Salz. Ein bisschen Milch. Milch. Nutmeg. Nutmeg. Nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja. Und das ist alles. Oh, und Butter, aber das kommt später, wir freien das Butter. Und panieren das. Ja, panieren das. Ja, dann Butter, dann panieren wir das, äh, ja genau. Okay. So, das ist alles. Oh, und ein bisschen, ähm, Wasser. Na, na, wir brauchen, ja, wir machen das Wasser da drin. Mit, ähm, später. Genau. Aber erst müssen wir das hier. Wir haben viele andere Geräte. Okay. 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 Oh, wir müssen sie hier erst. Oh, wir müssen sie hier erst. Dann, dann ruhe. Okay. 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 Put, put this here. Put's here. Okay. Gut ruin, How do you say ruin or Ryan? Ruin. 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 Ruin, that's fine too, the way you said it. Ruin. Okay. Say a good ruin. Don't ruin it. Haha. Okay, so ich habe jetzt hier eine Spätschle mit Marco und ich habe das in Deutschland gekauft, als ich bei diesem Sollenholen Schloss war und dahinter steht das Rezept und da steht da drin Mehl und Salz, Eier und Wasser, aber was nicht da ist, ist Milch und das ist eine amerikanische Version mit Milch, aber sonst normalerweise ist man so keine Milch drin. Ja, okay und dann was ist, es gibt zwei Kugeln und zuerst müssen wir das Mehl da hier reinmachen. Okay, magst du das? Okay, gib mir das Fett. Also guck, ich habe das Mehl gut gerührt, weil ich einfach gut... Perfetto! Okay, I'll hold it. Wollen wir das jetzt da reinmachen, ja? Ja, du kannst das ein bisschen hoch... Willst du euch das am besten reinmachen? Das ist gut so. Wow, wir haben viel Spätschle gemacht. Ja, genau, damit ich genug essen kann. Ja, das sieht sehr gut aus, das ist ein bisschen nicht so... ein bisschen dick. Es muss ein bisschen dick sein, so dass das eine gute Form hat. Ja, ich denke das ist genug, ja? Und dann, was machen wir jetzt? Jetzt, wir machen unsere Kugeln, die zwei Kugeln da rein. Plupp, plupp. Dann, wir müssen das ein bisschen... Also, ihr seht, es gibt hier Löcher, gell? Und die Spätzle ist hier drin. Und jetzt wollen wir das da rausdrucken und hier reindippen im Wasser, okay? Reindippen. Nein. Uhhh. Achso, muss ich ja stoppen, gell? Ja, stoppen, ja. Gut. Und wie sieht's aus? Boah, sieht echt schon gut aus. Ja? Jetzt sieht das wie Spätzle, haha. Okay, ein bisschen, ähm, das Boil, kannst du da ein bisschen unten, schnell... Hab ich schon, hab ich schon. Okay. Okay. Gut? Mhm. Boah, das sieht krass aus. Okay, dann kannst du stoppen. Und dann, wir müssen das gucken lassen. Und dann machen wir das Rest... Nein, das ist nicht so mehr, okay? Dann ist das zu viel. Okay, dann musst du dann diese, ähm, denke ich hier nehmen. Ich zeig's dir. Hä, seit wann hab ich das Mikrofon auf mich drauf? Ja. Oha! Oha! Du wusstest es nicht... Ich mach mich voll erschrocken. Ja? Okay. Dann wirst du das ein bisschen Scoop warten. Jetzt schon. Ähm, ja, aber zuerst wirst du ja dann hier reintun. Jetzt schon, ist es nicht fertig. Ja, das ist fertig. Schon. Ja, das dauert nicht so lang. Ja, guck mal. Guck. Ich hole das. Hier sieht es gut aus. Okay. Ich kann das ein bisschen ruhen. Das ist ein bisschen groß. Ich weiß nicht, wie es heiß ist. Ich bin ein kleinerer, aber ich kann das nicht finden. Aber, ähm... mit deiner wieso einfach nicht da rein aber wieso einfach nicht da rein tun ja aber wir müssen mehr das wasser ich habe hunge ich schwöre du kannst es benutzen es hat locken okay ich hoffe dass es gut schmeckt das sieht gut aus aber wir müssen das auch im büder freien panieren panieren ja das ist amerikanische version im deutschland wird man das essen so ja und so will ich es auch erst okay der marken mir help and help okay das ist gut genug dann kannst du die rest des spätschläge reintun also wir benutzen aber für eine soße gravy einfach also normaler brown gravy soße also wir haben nicht so eine rahmensoße jägersauce also falls ihr was in die kommentaren irgendwie uns pleitigen würden dass wir nicht rahmen oder jägersauce benutzt haben genau also aber normalerweise ist es ein bisschen anders in den usa genau also kann sein es gibt rahmen oder jägersauce oder irgendwas anders in den usa aber heute benutzen wir brown gravy gut gut geht Otis genau okay und so wenn wir brauchen es ist eine we chance wenn du jetzt einen paar sox fair, dad? umm mix ... mix 3T importcoons gravy mix and 1 cup of water in your pan okay so two water okay so이랑 habe ich diese 1 2 1⁄2 cup so zwei cups of water Nein, nur eine Kuppe in der Panze. Ich weiß, aber das ist eine halbe Kuppe. Also, zwei davon. Okay. Und eine Tablespoon von diesem hier? Ja, Deutsch bitte? Ach so. Ein Tabellöffel. Ist das richtig? Ich weiß selber nicht. Ah, du meinst selber nicht? Wie sagst du auf Deutsch? Tisch. Tischlöffel. Ja, ein Tischlöffel. Löffel. Okay. Tischlöffel. Okay? Ich wundere mich, warum Tisch? Warum Tischlöffel? Mama, das ist Teespoon, nicht Tablespoon. No, das ist... Teespoon. Oh. Dann Max... Wie viele Teespoon gibt's man? Ein? Boah, keine Ahnung. Du hast es in der Schule gelernt, oder? Ich denke, es ist jetzt zwei. Zwei von diesen. Also dann sechs. Ja, nur zwei. Das ist ein viel. Okay. Also ich habe jetzt fünf reingemacht. Nein, das muss nicht... Das ist nur ein Tablespoon. Ist da drin, da steht... Drei. So. Drei. Oh, drei. Okay, das wusste ich nicht. Dann habe ich halt ein bisschen mehr als drei gemacht, weil es ein Teespoon ist. Okay, dann ist es so. Dann ist es... Du magst nichts. Okay. Und dann magst du das. Und dann jetzt... Ah! Unser Wasser ist... Bereit. Oh, für die Späste. Okay. So. Späste ist fertig. Ich habe ein bisschen Bude da rein. Aber amerikanische Version würden wir... Sorry. Panieren mit... Im... Obwohl ich gesagt habe, ich will das das Deutsche ist. Einfach so. Aber nein, die tut einfach viel Butter drin. Einfach ohne mich zu... Aber das ist wie in Deutschland, Nelson. Ein bisschen Butter dabei. Aber ich dachte, können wir panieren es. Warum cookst du mich so? Weil ich würde die meisten von die Spätzle ja essen. Okay, dann kannst du das ein bisschen... Was ist? Du musst immer Probleme machen. Ja. Wo ist der Lofo? Gib mir das Lofo. Dann kann ich das Butter rausnehmen. Nein, ist egal. Jetzt lass es. Hast du schon gemacht. Dann können wir das ein bisschen ruhen. Es schmeckt gut. Man mag es so in Deutschland. Ja? Mach, mach, mach. Okay. Jetzt machen wir das ein bisschen. Schnitzel. Schnitzel. Okay. All right. Ähm, ja. Okay, gut. Okay. So, du kannst da ein bisschen Öl in der Pfanne machen? Vegetable oder Oliven? Vegetable. Also. Erst lassen wir mal die Pfanne jetzt ein bisschen warm machen. Ich habe jetzt ein bisschen da drin Öl rein getan. Genau. Wir haben drei Stationen. Erst Eier, Mehl und dann das gebrochene Brot oder wie man es so sagt. Keine Ahnung. Haben auch Gewürz da rein getan, damit es auch gut schmeckt. Haben schon die Schnitzel hier drin. Genau. Hier. Hier. Vielleicht musst du ein bisschen hin und her machen. Je nachdem, wie gut es klebt. Dann hier rein tun. Dann in die Pfanne rein tun. Genau. Und das geht jetzt für eine Weile. Aber erstmal lassen wir die Pfanne warm. Oder wohl. Können wir schon damit anfangen, eigentlich ja. Also. Okay. Okay. Und dann, ich denke, das Panne. Die Pfanne. Die Pfanne. Mach Eier nochmal, dann in die Pfanne. Mach Eier zweimal. Ja, genau. Hab ich gesagt, ja. Also, du hast es gesagt. In deine Mehl rein tun oder hier? Hier. Hier. Okay. Hast du deine Oma so was gemacht? Hm? Hast sie das auch gemacht? So habe ich das von meiner Oma gelernt in Deutschland. Ach so. Deine italienische Oma. Oma, genau. Aber kann richtig gutes deutsches Essen kochen. Allgemein gutes Essen kochen. Wie meine Mama. Ja. Du lukst jetzt. Nö, 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 nö. Ja, du lukst. Du weißt nicht so gut wie deine Oma. Deswegen bin ich der beste Koch in der ganzen Welt. Weil ich habe von den besten gelernt. Ah. Okay. Goodness. Okay. Du sollst eine Loaf benutzen. Nicht deine Hände. Kannst so rein dippen. Oh, Entschuldigung. So was. Ja. Das ist ein bisschen besser, dass deine Hände nicht so. Oh. Nö, 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 nö. Okay. 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 Ich finde, das ist sehr heiß. Aber nicht einfach so lassen, genau. Und nach ein paar Minuten dann eher schon ziemlich hin und her rumdrehen. Okay. 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 Und so was, dass es kocht sehr gut in der Mitte. Mhm. Okay. Und dann take it off the fire. Let it cook so it isn't too hot, you know. Und dann put it back in the morning. Okay. Baby, do you want to taste some scratchlings? No, no, no. I don't like scratchlings. You like it? No, I don't. How do you go? Tell me what I like and don't like. It's just a duckling. Speak, speak. We're having it for dinner tonight. Mhm. Okay. Speak to the camera in German mommy. I will go. I need to get a plan. I need to make the camera. Okay, let's get a question. So, Nelson. Esi kudos. Esi kudos. Yeah? Look at Mr. Elvis. Okay, Essen. Guten Appetit. Guten Appetit. We have our microphone on the table there. That's why it looks like that. German? Will ich den Schwenk bitte? Schwenk bitte? Guten Appetit Look at that camera, ich sage Guten Appetit Guten Appetit Guten Appetit Mhh Es ist echt lecker Mhh The sauce schmeckt sehr gut It's a bit tough Das Essen ist sehr lecker Schmeckt wie nach Will ich das in Deutschland essen? Hättest du in Deutschland das gegessen Würdest du denken, dass das echt das Deutsch-Essen ist? Ah ja Es ist echt lecker Es ist echt lecker Ich habe etwas Und wie ist das Essen, Athena? Oh, it speaks your language Aber du kannst Deutsch Was kannst du auf Deutsch sagen? Was? Was kannst du auf Deutsch sagen? Was? 9 Otis 9 Otis He's begging This looks like nuggets Am I ever gonna be allowed to eat? Oh yes, I'm sorry, just making this real quick Cheers